Weniger Steuern für Millionen Rentner und Arbeitnehmer ab dem 1. Januar 2024. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, am 8.9.2024 hat es Christian Lindner bekannt gegeben, der Grundfreibetrag, das heißt also das steuerliche Existenzminimum, wird im Januar 2024 um nochmals weitere 180 Euro auf 11.784 Euro angehoben. Jetzt werden Sie natürlich sagen, was sind denn nur 180 Euro Anhebung, das ist doch gar nichts. Nein, meine Damen und Herren, ich zeige Ihnen, was eigentlich in Wirklichkeit geplant war. Das Bundesfinanzministerium hat schon mal in der Vergangenheit, das sehen Sie hier, in einer Pressemitteilung zum 23.12.2022 mitgeteilt, was sich im Jahr 2023, ich zeige Ihnen das mal, ändern wird. Und zwar hat das Bundesfinanzministerium da gesagt, dass der Grundfreibetrag im Jahr 2023 um 561 Euro auf 10.908 Euro für das Jahr 2023 angehoben wird. So weit, so gut. Und für 2024 hat man die nächste Erhöhung bekannt gegeben und zwar um weitere 696 Euro auf 11.604 Euro. Und es war so, dass die Steuerlast an die Inflation angepasst wird. Das heißt also, damit eine Gehaltserhöhung zum Ausgleich steigender Preise nicht zu einer schleichenden Steuererhöhung führt, wird der Einkommenssteuertarif an die Inflation angepasst. Das heißt, Löhne und Gehälter werden nicht höher besteuert, insoweit ihr Anstieg lediglich die Inflation ausgleich. Meine Damen und Herren, und nun kommt unser lieber Bundesfinanzminister, Herr Lindner, und sagt, nein, ich packe auf die 11.604 Euro nochmal 180 Euro drauf. Und jetzt gibt es ab dem 1. Januar 2024 dann einen Grundfreibetrag von 11.784 Euro. Meine Damen und Herren, das bedeutet also für alle Rentnerinnen und Rentner, also ich habe Ihnen das nochmal hier in der Übersicht klargemacht, 2023 hat man den Grundfreibetrag, dann eigentlich war geplant für 2024 ein Grundfreibetrag Anstieg von 10.908 Euro auf 11.604 Euro. Und der Lindner hat jetzt nochmal 180 Euro draufgepackt und hat gesagt, okay, wir müssen hier die höhere Inflation berücksichtigen, also gehen wir jetzt auf 11.784 Euro hoch. Das macht also bezogen auf 10.908 Euro rund ein Anstieg des Grundfreibetrags von 8% aus, meine Damen und Herren. Das bedeutet also, wenn wir uns das mal angucken, ganz genau angucken, dass viele Rentnerinnen und Rentner, aber auch Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ab dem 1. Januar deutlich mehr Netto-Importmanee haben müssen, denn ab dem 1. Januar oder Ende des Monats, je nachdem wie die Lohnsteuerabrechnung dann erfolgen, muss der Arbeitgeber und seine Lohnbuchhaltung selbstverständlich auch hier die entsprechenden Werte einstellen und damit erhöht sich das steuerfreie Netto bei dem Arbeitnehmer. Zumindest für die Rentnerinnen und Rentner ist das eine gute Nachricht, also zumindest auch für diese Gruppe eine gute Nachricht, denn bis zum 30.06.2024, je nachdem was ab 1.7.2024 mit der Rentenerhöhung passiert, wird es dann auf jeden Fall für die ersten sechs Monate für viele steuerpflichtige Rentnerinnen und Rentner und das sind ja auch ein paar Millionen, dann weniger Einkommenssteuer zu zahlen sein. Das ist einmal eine wirklich gute Nachricht. Das ganze Paket kostet wohl um die 2 Milliarden Euro, auch nicht schlecht. Haben wir also einen Entlastungsbetrag von 2 Milliarden Euro und noch Folgendes für Sie als Information, der Grundfreibetrag ist der Freibetrag, bis zu diesem Geldbetrag Sie netto, also bereinigtes Steuereinkommen, 11.784 Euro für Single, keine Steuern zahlen müssen. Das heißt also, wenn Sie nicht mehr als diese 11.784 Euro bereinigtes steuerliches Nettoeinkommen haben, müssen Sie keine Steuern in Deutschland zahlen. Meine Damen und Herren, das bedeutet aber auch, dass dieser Grundfreibetrag, der steuerliche Grundfreibetrag, folgt jetzt im Wesentlichen auch dem sozialrechtlichen Existenzminimum. Das ist sozusagen eine der neuen Errungenschaften, die Christian Lindner hier in das steuerrechtliche System eingeführt hat. Finde ich persönlich gar nicht so schlecht, sodass wir also hier zumindestens die entsprechende inflationsbedingte Entlastung haben. Haben wir eine hohe Inflation, steigt der Grundfreibetrag deutlich höher. Haben wir eine geringe Inflation, wird er natürlich dann nicht mehr so hoch steigen. Aber ich finde 8% Anstieg Grundsteuerfreibetrag im Vergleich im Jahr 2024 im Vergleich zum Jahr 2023 ist so schlecht auch nicht. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.